Nix. Hier ist übrigens ein Geländer. Bei Wodan. Ne, die ist bestimmt hochgefahren. Wir würden das nicht abbekommen. Kein Feuer. Ja, ich habe es nicht abbekommen. Oh, Christa! Alter! Au, 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 au! Gott sei Dank ist das zu Ende! Ich hab voll den dicken Wassertropfen ins Auge bekommen. Oh, armer, armer, armer Mann.